hallo zusammen alex hier in diesem video gehe ich auf den bayern dynamic dt 770 pro auf den bayern dynamic dt 770 pro x der relativ neu ist auch einigermaßen neu der bayern dynamic dt 700 pro x und natürlich nicht zu vergessen die legende bayern dynamic dt 1770 pro diese kopfhörer die gucken wir uns genauer an und ich sage euch dann auch noch meine meinung und natürlich auch wo genau die unterschiede bei den jeweiligen kopfhörern liegen los geht's bevor es dann richtig tief rein geht in das video in das thema kopfhörer geschlossene kopfhörer ein paar grundsätzliche dinge es geht hier nämlich ausschließlich um kopfhörer die geschlossene ohrmuscheln haben das heißt das system ist dann ein geschlossenes für mich ist das besser zum recording damit ich mich selber monitoren kann und einmal auch für störgeräusche die dann nicht so nach innen herüber getragen werden oder auch wenn ich sehr laut irgendwas höre dass das nicht nach außen irgendwie jemanden stört oder auch ins mikrofon dann wieder der ton rein kommt wer nicht aufnimmt und nicht anfällig für solche störgeräusche ist der sollte vielleicht eher zu einer offenen bauweise von kopfhörern greifen alle kopfhörer die ich dir jetzt zeige gibt es auch in einer offenen bauweise die offene bauweise klingt natürlicher luftiger und die ohren werden nicht so warm dafür ist bei geschlossenen kopfhörern der bass etwas tiefer der sub bass das heißt durch diesen bass reflex körper der sich quasi in diesen geschlossenen kopfhörern befindet ist dieser bass etwas verstärkt vorhanden oft aber nicht so extrem differenziert das heißt viele menschen wollen das gar nicht haben alle kopfhörer die ich habe haben ein 3,5 mm klinkenstecker mit schraubadapter auf 6,3 mm die kopfhörer die ich dir gleich zeigen werde die ein abnehmbares kabel haben übertragen grundsätzlich störgeräusche vom kabel stärker über die ohrmuschel der einzige den ich hier habe das ist der dt 77 pro in der alten variante hier da ist das kabel hier fest verbaut aber die geräusche vom kabel werden demnach auch nicht so stark übertragen ich werde vieles subjektiv erklären wie ich es empfunden habe aber auch dann versuchen wieder objektiv einzuordnen das heißt du wirst immer merken was meine meinung ist und was objektivität ist alle kopfhörer sind grundsätzlich für alle einsätze geeignet sogar zum musikhören natürlich gibt es aber auch für jeden zweck spezielle kopfhörer dazu natürlich später auch mehr und man kann fast alle teile bei bayern dynamic einzeln nachkaufen vom kopfband zum verlöteten kabel allein dieses fest verbaute kabel kann man einzeln nachkaufen wenn man denn wirklich mit dem lötkolben auch umgehen kann und am ende gibt es dann wie schon gesagt mein fazit meine einschätzung und mein persönliches ranking welchen kopfhörer ich zukünftig primär weiterhin benutzen werde starten möchte ich hier mit dem bayern dynamic dt 770 pro in der 250 ohm variante links zu thomann und zu amazon sind wie immer unten in der beschreibung zu finden wenn du darüber etwas bestellt bekomme ich eine kleine provision für dich verändert sich der kaufpreis nicht und unterstützt mich damit ganz herzlichen dank dafür der preis aktuell circa 150 euro für diesen kopfhörer die preise sind schwanken kannst du wie gesagt unter den links dir nachschauen das ist quasi so die einstiegsklasse bei bayern dynamic im bereich studio kopfhörer die 250 ohm variante des kopfhörers die ich dann auch tatsächlich hier habe ist im vergleich zur zu den niedrig umigen varianten etwas differenzierter hat ein drei meter spiralkabel das so relativ kurz ist aber wenn man zeit auseinander zieht ist es dem entsprechend länger die 80 um variante die ich hier hinten noch rumfliegen habe so das ist dann hier die 80 um variante diese hier die hat dann ein komplett glattes kabel wie man hier sehen kann und hier ist es auch so ein bisschen zusammen gebunden und drei meter ist ja ein bisschen lang aber kann das halt einfach so zusammen knoten für den preis der dt 770 pro klingen sie aber extrem gut meiner meinung nach der was ist stark und nicht extrem differenziert die mitten sind abgesenkt unauffällig zum mixen aber fast problematisch da man die dann einfach nicht so richtig hören kann und die höhen sind stark ausgeprägt extrem klar teilweise mit peaks aber auch gut zum analytischen abhören zum monitoren natürlich auch sehr gut geeignet wie gesagt die mitten da gibt es so ein paar probleme was ein wenig überbetont und wir gucken uns als nächstes noch mal die hardware an wie schon gesagt habe hier fest verbaut große ohrmuscheln diese grauen velour ohrpolster die sehr sehr gemütlich sind man hat hier das ist federstahl ist das glaube ich ja der kopfbügel hat man hier dieses ganz einfache polster mit diesen druckknöpfen dran ja die kabel kommen ja links und rechts einfach von oben raus beziehungsweise wird dann von die von der linken muschel in die rechte muschel dann übertragen weil wir haben hier rechts und links geht dann immer das kabel rein bei bayern dynamic und wie gesagt fest verbaut insgesamt aber für den preis durchaus hochwertig robust und bewährt meiner meinung nach dann habe ich hier als nächstes den bayern dynamic dt 770 pro x in der limited edition das ist dann auch hier zu sehen beziehungsweise hier oben steht es dann auch tatsächlich noch mal drauf 1924 bis 2024 macht dann 100 jahre und deswegen gibt es hier diese limitierte auflage preis circa 200 euro wie gesagt unter den links erfährst du dann den wirklich aktuellen preis 48 ohm deutlich weniger oben hat den stella 45 treiber verbaut es gibt ein drei meter glattes kabel mit mini xlr buchse beziehungsweise stecker und dieser stecker sieht dann so aus dreipolig ich zeig dir das jetzt mal nur an diesem kopfhörer weil für alle kommende kopfhörer ist das quasi sehr ähnlich und dann gibt es hier diesen stecker der wird dort man muss da einfach so ein bisschen auf die richtung aufpassen das heißt dieser druck nutzi ist dann außen dann wird das ganze hier so rein gesteckt und so sieht das dann hier quasi verbaut aus das ganze stück hier ist dann halt länger kabel ist dafür austauschbar aber wie gesagt problematisch ist es wie gesagt kommt darauf an aber die geräusche vom kabel werden halt stärker übertragen und das kabel entferne ich jetzt mal wieder geht teilweise relativ schwer und dieser dt 770 pro x hat eine leicht veränderte bauweise im vergleich zum 770 pro zum alten modell und natürlich das eine kabel ist fest verbaut das andere kabel ist abnehmbar ich drehe das auch noch mal hier zur gleichen seite eben hin aber es gibt noch durchaus mehr unterschiede natürlich andere treiber verbaut das heißt auch die akustische wiedergabe ist anders obwohl von außen es relativ ähnlich aussieht ist es doch unterschiedlich dieses material dieser kunststoff hat erstmal eine andere oberfläche hier diese bauweise ist relativ ähnlich wo hier oben dieses metall beziehungsweise hier dieser federstahl dann anfängt gibt es hier eine andere kunststoff halterung das sieht man dann auch so und auf der innenseite ist noch ganz interessant bei den alten biodynamic kommt das kabel einfach so aus den polstern hier raus das sieht ein bisschen seltsam aus und bei den neuen da ist diese kunststoff aufnahme auch tatsächlich neu und hier ist das für das kabel gefräst außerdem das polster ist hier auch etwas neuer hat auch diese druckknöpfe und hier oben ist das so ein bisschen ausgespart bei den anderen ist das dann durchgehend ansonsten das kabel geht dann auch oben in die ohrmuscheln rein aber auch hier sieht dieser stecker hier etwas einfacher aus bei den alten und bei den neuen ist das dann so verbaut wie es auch bei den höherwertigen kopfhörern aussieht die polster als solches sind die gleichen auch der innenraum der platz da gibt es quasi keine unterschiede das heißt wer den tragekomfort dieser alten kopfhörer hier mag kommt mit den neuen auch hier super klar und dann ist mir noch aufgefallen dass diese aufhängung hier anders ist die alte hier die ist eckig und die neue hier ist rund und wenn wir uns hier mal schon mal den dt 1770 pro kurz anschauen der hat auch diese neue runde aufhängung hier das heißt bei dem ist das auch anders und bei dem geht dann natürlich auch das kabel hier oben aus diesem kunststoff bügel ist es hier auch ausgefräst das heißt es gibt hier beim dt 77 pro x wie gesagt für derzeit circa 200 euro viele bauteile der höheren klasse komfort mäßig trageweise und so weiter ist der hier finde ich ein stückchen besser als dieser alte dt 77 pro das gefällt mir durchaus sehr gut auch klingen diese kopfhörer durchaus gut der bass ist stark er ist tief das ist gut er ist gut differenziert sind auch die neuen treiber die hier verbaut sind die mitten sind abgesenkt auch hier deutlich so eine equalizer badewanne aber immer noch analytisch ok aber man kann das auch nicht richtig zum mixen dann wieder benutzen die höhen sind stark ausgeprägt sehr deutlich und meiner meinung nach zu stark gerade so bei 5000 bis 7000 herz und das ist dann schon schmerzhaft das heißt gerade wenn man stimmen hört es zischlaute und auch ja instrumente aller art die dann in diesen frequenzen dann doch laute musik wieder geben das ist störend bei diesen kopfhörern und das ist wirklich auffällig störend ich habe die auch 1 2 3 stunden einlaufen lassen vielleicht sollte man die noch länger laufen lassen das weiß ich jetzt nicht ja aber das finde ich wirklich ein bisschen schmerzhaft und sogar ein bisschen schade bei diesem kopfhörer als nächstes und als zweitneuesten kopfhörer gibt es den bayern dynamic dt 700 pro x ich glaube 1 20 oder 22 wurde der vorgestellt er kostet ungefähr 240 euro hat genau die gleichen 48 ohm stellar 45 treiber wie im dt 770 pro x auch verbaut sind außerdem gibt es ein 3 meter und ein 1 meter 80 gerades kabel mini xlr dort mitgeliefert hat also auch wieder diese gleiche buchse wo man dann das kabel entsprechend austauschen kann und schon mal ein kleines persönliches problem wenn ich diese kopfhörer aufsetze diese polster sind andere polster auch wenn sie wieder in dieser velour farbe sind diese drücken hier ein wenig stärker beziehungsweise lassen sich stärker zusammendrücken sind sehr komfortabel aber ich habe so große ohren dass sich die so zusammendrücken lassen dass ich mit dem ohr hier aufliege und dieses polster hier drin ist zwar auch weich aber es ist auch ja es wirbt sich hier tatsächlich so ein bisschen auch nach innen zum ohr hin und damit hat man für etwas größere ohren nicht so viel platz bei mir drückt es dann irgendwann und bei mir persönlich ist der komfort dann halt nicht so gut bei mir persönlich ich habe da mal in anderen bewertungen nachgelesen ich bin nicht der einzige dem es so geht aber andere kommen mit diesen kopfhörern auch wirklich komfort mäßig hervorragend klar der dt 700 pro x hat hier auch komplett andere ja ohrmuscheln sieht dann auch wirklich optisch ein bisschen anders aus die klingen gut gerade für musik sind aber dafür auch weniger analytisch der bass ist stark und gut differenziert das gefällt wieder die mitten sind leicht abgesenkt aber analytisch okay nicht so stark abgesenkt wie beim dt 770 pro also der alten variante die höhen sind teilweise schwächer weniger analytisch eher entspannt das liegt auch an diesem sehr starken polster was hier die höhen wegnimmt was trotz gleicher treiber hier beim dt 770 pro nicht so ist dieser schaumstoff nimmt weniger von den höhen weg außerdem ist natürlich die form dieser ohrmuschel dann tatsächlich auch noch etwas anders und es ist etwa auf consumer niveau und gut die höhen sind hier vollkommen okay aber nicht so klar und crisps dass man auch fehler schnell heraus hören kann finde ich eigentlich ganz interessant von der bauweise sind diese tatsächlich neuer konstruiert auf der oberseite gibt es nicht mehr dieses geklippte polsterband sondern die polster befinden sich hier einfach auf der unterseite das fühlt sich auch hochwertig und irgendwie neuer an die bauweise hier mit dem kabel da gibt es auch nicht mehr diese kunststoff clips die irgendwo verschraubt werden sondern das kommt direkt hier unten raus also alles wirklich so ein bisschen integrierter trotzdem zwei einzelne kabel hier oben die aufhängung der ohrmuscheln ist ähnlich wie bei den anderen kopfhörern auch rund aber anders wie schon sagte die ohrmuscheln auf der außenseite gehen wenig her an aufschrift es glänzt schwarz hier ein wenig aber man kann das gar nicht so richtig auffällig erkennen die innenseite hatten wir schon gehabt fühlen sich sehr gut sehr hochwertig an aber wenn du größere ohren hast oder die ohren auch so ein bisschen abstehen ich habe jetzt nicht die größten segelohren aber große ohren dann kann das schnell hier drin ungemütlich werden insgesamt finde ich die verarbeitung von diesen kopfhörern aber tatsächlich wirklich ziemlich gut kommen wir mal zum könig in diesem beispiel das ist der bayern dynamic dt 1770 pro 250 oben das heißt dieser kopfhörer man sieht das hier erstmal metallische ohrmuschel sieht relativ hochwertig aus hier unten steht dann noch 250 oben drauf gedruckt hat also genauso viel oben wie der dt 770 pro auch 250 oben aber die treiber hier sind tesla 2.0 treiber so nennen die sich und die sind ein bisschen lauter wenn ich die am gleichen verstärker gleiche lautstärke habe wie die alten dt 770 pro preis hier etwa 440 euro also verhältnismäßig teuer im vergleich zu den anderen lieferumfang ist die größer 3 meter glattes kabel 5 meter spiralkabel mini xlr stecker ist hier auch wieder fest verbaut kunstleder ohrpolster werden auch mitgeliefert obwohl diese polster grob ähnlich für diese gibt es auch schwarze polster also grob ähnlich aussehen so ist trotzdem die aufhängung anders also diese polster die werden hier einfach drüber gestülpt über diesen rand beim 770 pro eben gerade und hier kann man die dann so drauf ziehen das heißt hier ist noch eine kante dazwischen kann man dann so drauf drehen haben so einen interessanten mechanismus das heißt die ohrpolster kann man schneller tauschen und wenn man dann häufiger mal diese velour mit dem mitgelieferten kunstleder ohrpolstern tauschen möchte dann kann man das einigermaßen zügig machen außerdem ist mir aufgefallen dass dieser kopfhörer hier weniger anpressdruck hat als die anderen modelle dadurch sitzen die ohrpolster oft nicht so gut die brauchen so ein bisschen bis sie sich dann anschmiegen bis sie wirklich hier so dicht anliegen dafür relativ komfortabel das heißt es drückt nicht so doll im kopfbereich hier oben dann halt was mir noch aufgefallen ist die polster hier die riechen irgendwie komisch und billig also überhaupt nicht toll wenn man zum beispiel diese hier kauft mit diesen alten polstern die riechen quasi gar nicht zumindest nicht auffällig und die hier stinken irgendwie so ein bisschen billig weiß ich jetzt auch nicht meine erfahrung ansonsten audio mäßig klingen die ziemlich unspektakulär wenn man die anderen kopfhörer gehört hat und sehr analytisch der bass ist hier bei den dt 1770 pro irgendwann komme ich hier wirklich noch durcheinander gut differenziert aber auch etwas schwächer aber man kann dann doch den ein oder anderen ton wirklich besser heraushören die mitten sind hier bei zumindest meinem modell stark ausgeprägt analytisch ungewohnt im vergleich zu den anderen deutlich deutlich sind hier mehr mitten vorhanden wenn ich im internet ich habe ein bisschen nach recherchiert kann ich nicht bei jedem test und so weiter nachvollziehen bei mir ist es aber so dass die mitten deutlich hörbarer sind die höhen sind hier stark ausgeprägt auch wieder analytisch gut differenziert zum teil aber auch relativ harsch das ist mir auch aufgefallen dass hier die höhen zum teil also klar aber zum teil unangenehmer sein können als hier bei diesen ganz günstigen dt 770 pro ganz günstigen im vergleich zum 1770 jawohl also ganz interessant fand ich das hier wir gucken uns natürlich nochmal die hardware an bei dem teuersten modell hat man hier kunstleder gestickt das fühlt sich hier schon etwas hochwertiger an man muss da hier auf die verarbeitung immer mal so ein bisschen achten das polster ist auch hier etwas weicher und die verarbeitung insgesamt fühlt sich dann doch etwas hochwertiger an hier gibt es auch wieder diese bauweise kabel links und rechts gehen hier oben raus auch wieder hier die bauweise etwas hochwertiger dann gibt es hier auch diesen hoffe es heißt wirklich federstahl ich glaube es heißt so auch wieder hier das gleiche material benutzt diese ohrmuscheln die sind hier hochwertiger aus metall zumindest teilweise aus metall wohl gefertigt es gibt hier auch diese runde aufnahme es gibt auch wie gesagt diese andere bauweise hier der polster diese polster finde ich auch wieder sehr komfortabel sehr sehr gut wie gesagt die sind nicht kompatibel mit den dt 77 die haben hier eigene polster dann auch von der vorgehensweise wie man diese montieren kann meine großen ohren haben hier wirklich sehr guten platz aber wie gesagt wenn ich die aufsetze irgendwie ist das ein bisschen locker auch und bevor es dann gleich meine meinung zu den ganzen kopfhörern gibt würde ich sagen wie wir die ganzen kopfhörer nochmal denn kann man das so sehen ich sage es dir notfalls was ich hier auf der anzeige sehe denn je leichter kopfhörer sind desto komfortabler lassen die sich dann auch tragen waage zeigt jetzt gerade null an jetzt fange ich hier mal an bei den dt 17 70 pro gewicht hier ohne kabel liegt das so richtig drauf so 379 gramm ja du kannst das halt sowieso nicht sehen aber die hier 379 gramm dann haben wir die dt 700 pro x die lege ich jetzt hier auch nochmal drauf 352 gramm also die hier sind dann etwas leichter wenn man sie aufsetzt würde ich sogar sagen dass diese hier die dt 700 pro also die günstigeren hier komfortabler sind aber wie gesagt nicht für meine ohren jetzt haben wir den dt 770 pro x die neue variante die hat ein gewicht von 304 gramm also deutlich leichter 304 gramm ja auch ohne kabel hier 304 gramm finde ich schon mal interessant und das sind jetzt die alten dt 770 pro da habe ich jetzt dieses kabel ich muss das hier mal so ein bisschen neutral anheben da sind wir bei 289 gramm wenn ich hier hängen lasse sind wir bei 292 gramm ja also ich würde sagen tatsächlich genau in der reihenfolge wie ich sie vorhin aufgeführt hatte von leicht nach schwer und beim tragen merkt man das auch dann ein wenig nicht irgendwie dass das hier oben auf dem kopf irgendwie großartig aufliegt sondern je nachdem wie man den kopf dann hält auch mal am computer sitzt dann kann das gewicht eher auf den nacken sich bemerkbar machen und abschließend gibt es dann noch meine ganz persönliche meinung zu diesen kopfhörern ich habe ja versucht möglichst objektiv bzw neutral zu erklären wie die kopfhörer verarbeitet sind wie viel die wiegen und wie sich auch die frequenzen dort widerspiegeln wie fein das so aufgelöst ist grob definiert aber ich habe es versucht sachlich zu machen von dem was ich auch gehört habe es ist alles subjektiv versachlicht würde ich erstmal beschreiben und in meiner meinung wird es dann jetzt ein bisschen subjektiver ich möchte gerne anfangen hier beim dt 1770 pro der ist wie gesagt der schwerste ich höre mich noch wenn die dicht sind sind die dicht dann sind die sehr gut von den geräuschen her gedämmt nach außen hin aber wenn ich die erstmal aufsitze sitzen die so locker dass ich mich noch relativ laut auch hören kann die dt 1770 pro sind besser verarbeitet aber nicht wirklich das doppelte wert meiner meinung nach die sind langweilig analytisch also wirklich für die neutrale wiedergabe gedacht damit schließt es für mich so ein bisschen den alltag die alltags nutzung aus und zum musikhören wenn ich denn mal wirklich so ganz alltäglich rockmusik was auch immer hören möchte dann ist man einfach auch diese badewanne gewohnt auch von bose von ganz vielen anderen herstellern dass die besser angehoben sind und so weiter und da klingt ja einfach ein bisschen ungewohnt und nicht ganz so gut meiner meinung nach dann als nächstes der zweit ne der ja doch zweitteuerste also von oben das ist ja der dt 700 pro x der auch relativ neu ist er trägt sich durch diese polster wenn man die aufsetzt sehr sehr gut die geräusche dämmt der kopfhörer hervorragend das höre ich wenn ich gerade spreche ich höre mich selber dann relativ leise wahrscheinlich spreche ich jetzt auch gerade lauter also nicht wundern der ist gut für den allgemeinen gebrauch und den alltag gedacht er ist weniger analytisch trotzdem gut nichts für große ohren er würde dieser kopfhörer besser passen ich bräuchte ein kopfhörer zum monitoren also wenn ich mich selber mit dem mikrofon dann abhöre und auch zur musik hören wirklich alltags gebrauch das wäre mein favorit aber leider sind meine ohren so groß jetzt merke ich also jetzt wird dieses polster hier so ein bisschen weicher durch den anpressdruck und dann komme ich hier an der seite mit meinem ohr dran und deswegen fällt dieser kopfhörer leider aus diesen subjektiven komfortgründen für mich leider leider raus als nächsten kopfhörer der zweitgünstigste wenn man so möchte ist der dt 770 pro x das ist der neueste in diesem ranking den setze ich jetzt auch gleich mal richtig rum auf interessant ist auch immer dass diese kabel hier dann nach hinten gehen also hinten am kopf sitzen und das stört dann irgendwie gar nicht mehr der fühlt sich sehr leicht an anpressdruck ist nicht besonders stark es ist wirklich ein sehr gut gemeinter kopfhörer mit dem neuen treiber der alten bauweise kleinverbesserungen wirklich also da hat sich bei dynamic würde ich sagen gedanken gemacht meiner meinung nach ist er aber schlecht umgesetzt worden weil er einfach diese in diesen gewissen frequenzen die zu starken höhen hat und mir persönlich gefällt das dann einfach nicht mehr dass diese höhen bereiche so crisp sind dass ich das einfach störend finde ich würde lieber 50 euro mehr für einen kopfhörer verstärker oder audio interface investieren und dann zu anderen kopfhörern greifen meine ganz persönliche meinung und dann eher zum dt 770 pro dem alten modell oder zum dt 700 pro x wenn deine ohren dort reinpassen viele bewertungen sind zu diesen kopfhörern hier relativ gut und für mich persönlich ich kann es dir nicht sagen aber diese hohen frequenzen die stören mich einfach an diesem modell trage komfort gewicht alles sehr gut anpressdruck und so weiter für den alltagsgebrauch alles super aber diese hohen frequenzen die stören mich dermaßen die bringen mich so raus um etwas auch analytisch abzuhören oder auch musik mit einem gewissen genuss zu hören etwas tragisch bei diesen dt 770 pro also diesen älteren modellen fast seit 30 jahren unverändert gebaut soweit ich weiß die benutze ich auch mit am längsten die 80 ohm variante hier hinten habe ich auch relativ lange benutzt 250 ohm variante glaube ich mit am längsten das ist mein persönlicher allround favorit der anpressdruck ist hier etwas höher sogar als beim 770 pro x dem neueren modell komformmäßig sind die sehr gut meine ohren kommen nicht auf der innenseite irgendwo gehen meine riesigen segel passen ja auch komplett rein wie bei allen anderen ohrmuscheln dann auch und wer auf analytische mitten verzichten kann das ist so das problem oder der problembereich dieser kopfhörer der bekommt für das geld den besten sound meiner meinung nach man hat hier diese badewanne diese tiefen bässe diese auch bayer peaks in den höhen teilweise aber nicht anstrengend das kann auch sehr subjektiv bei mir daran liegen dass ich diese höhen über jahre hinweg gewöhnt bin und andere höhen sich dann komisch anhören wobei auch der dt 700 pro mit weniger höhen finde ich trotzdem sehr angenehm ich benutze auch noch andere kopfhörer die haben auch nicht so viele höhen das finde ich dann auch nicht unangenehm aber das ohr kann ja auch trainiert sein und meiner meinung nach ist das hier immer noch der beste kopfhörer auf dem markt auch zum musikhören auch zum spielen und er ist nach wie vor sehr leicht sehr komfortabel und du hast hier halt auch dieses kabel dran was hier fest verbaut ist mich stört das eigentlich gar nicht mit dem fest verbauten kabel und diese kabel geräusche hört man hier zwar auch aber deutlich weniger als bei dem anderen bei diesem spiralkabel muss man sich noch fragen 80 ohm 250 ohm variante akustisch kein dramatischer unterschied das kabel ist wahrscheinlich eher wichtiger was man denn nimmt der anpressdruck ist hier auch ein bisschen höher als bei der 80 ohm variante bei meinen modellen das ist mir so aufgefallen und zum monitoren zum musikhören und so weiter wirklich der günstigste und älteste favorit wie gesagt es kann sein dass ich meine ohren da so dran gewöhnt haben aber meiner meinung nach hier dt 77 pro 250 ohm variante 80 ohm variante ich wünschte ich hätte dir auch was anderes sagen können aber du bist es halt hast du einer dieser kopfhörer auch schon ausgetestet oder hast du ein einzelnes modell von biodynamic hast du auch offene kopfhörer die offenen modelle von biodynamics überall wo hier eine 7 ist ist bei den offenen modellen eine 9 das heißt diese hier heißen dann dt 99 pro die habe ich übrigens hier auch in der 250 ohm variante hören sich auch sehr gut an die bässe sind bei den offenen kopfhörern nicht so tief nicht so stark da hören sich aber wirklich luftiger an und gerade auch im sommer ist es kühler unter den ohrmuscheln wenn man denn ein offenes system benutzt im alltag benutze ich aber trotzdem diesen kopfhörer hast du erfahrungen gemacht mit diesen oder auch anderen kopfhörern schmeiß es mir doch gerne mal in die kommentare rein abschließend habe ich dir auch noch verlinkt ein video wo ich diesen biodynamic auch mit anderen kopfhörern anderer hersteller getestet habe schau dir das video auch gerne noch an ansonsten wie gesagt links sind in der beschreibung du kannst mich damit unterstützen auch mit einem like unterstützt du mich und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten video wieder und wir sehen uns dann im nächsten video wieder und wir sehen uns dann im nächsten video wieder